Musik Dank dir. Zucker? Nein, danke. Sag mal, hast du Werner oder meinen Vater irgendwo gesehen? Nein, wieso? Nichts. Nichts. Ich geh sie mal suchen. Simon, warte einen Moment. Ich muss dir was sagen. Ich muss los. Ich habe eine Praxis angemietet. Und jetzt willst du dich von mir verabschieden. Das ist ja ganz was Neues. Viel Spaß in Kulmbach. Ich gehe nicht nach Kulmbach. Ich bleibe hier. Ich werde die Praxis von Dr. Bergmeister übernehmen. Wie bitte? Ich habe den Vertrag heute unterschrieben. Dann zerreiß ihn und verschwinde. Neulich hast du gesagt, es sei dir egal, ob ich hier bleibe oder nicht. Ja, stimmt. Dann habe ich meine Meinung eben geändert. Simon, ich... Es war ein großer Fehler, als ich dich damals im Stich gelassen habe. Und ich kann dich immer nur um Verzeihung bitten. Vielleicht wirst du das nie schaffen. Nein! Genau so ist es. Ich schaffe es nicht. Herrgott, was willst du denn noch hier? Eine harmonische Mutter-Sohn-Beziehung. Ist es das? Es liegt an dir, was aus uns wird. Ich bin da. Ja. Du hast alles kaputt gemacht. Alles. Warum verstehst du das denn nicht? Felix will die Praxismiete aus eigener Tasche zahlen? Als Ausgleich für die Provision, die meine Schwester, Frau Konopka, nicht zurückzahlen kann? Ganz genau. Dabei kennen die beiden sich kaum. Na ja. Sie sind verliebt. Ja, aber Liebe und Geld sollte man voneinander trennen. Gerade am Anfang. Ich fürchte, Felix macht einen Riesenfehler. Glauben Sie etwa, meine Schwester nutzt ihren Bruder nur aus? Ich weiß es nicht. Weil seitdem Felix Hotelanteile gehören, ist aber finanziell gesehen keine schlechte Partie. Das weiß auch ihre Schwester. Rosalie mag zwar kein gutes Händchen für Finanzen haben, aber wegen des Geldes ist sie bestimmt nicht mit Felix zusammen. Ja, wahrscheinlich haben Sie recht. Trotzdem, ich habe irgendwie kein gutes Gefühl, wenn ich die beiden zusammen sehe. Tja, das gibt's doch nicht. Alphons, wir haben einen neuen Koch. Ja, schön. Wie haben Sie dazu zu nichts zu sagen? Äh, doch, natürlich. Wer ist denn der neue? Der alte. Nein, ich wollte wissen, wer der neue Koch ist. Ja, der alte Koch ist auch der neue Koch. Der Herr Konopka? Ja. Schönen Gruß an Ihre Frau. André meldet sich morgen zum Dienst. Heißt das, Sie beide haben sich versöhnt? Ja. Alphons, nach all den Jahren des Streits haben wir endlich Frieden miteinander geschlossen. Ja, da gratuliere ich. Das, damit hätte ich nicht gerechnet. Die Welt ist voller Wunder. Ja, das stimmt. Es tut mir auch leid, dass ich Ihre Freude gleich wieder dämpfen muss, aber da schauen Sie her. Was ist das? Suchanzeige. Wir bitten Barbara von Heidenberg oder Menschen, die diese Frau kennen und in letzter Zeit gesehen haben, sich dringend bei der nächsten Polizeidienststelle zu melden. Ich meine, das ist doch klar, dass sie tot ist. Ja, ja, für uns schon, aber offiziell. Schauen Sie, Ihre Leiche wurde nie gefunden. Deswegen kann sie erst jetzt, ein Jahr nach dem Unfall, für tot erklärt werden. So hat es mir Pachmeier mal erklärt. Also ich verstehe das Ganze nicht. Sie kann diesen Sturz nicht überlebt haben. Ich habe die fällige Lebensversicherung angefordert. Da muss so eine Suchanzeige erscheinen. Wenn sich jetzt sechs Wochen jemand meldet, wird das Geld ausgezahlt. Damit ist die Sache dann hoffentlich erledigt. Ja? Hallo, Emma. Schau mal, gefällt dir die Farbe? Ja, toll. Sag mal, musst du nicht arbeiten? Äh, nein, dein Kunde hat gerade einen Termin abgesagt. Schade. Wieso? Hast du gewusst, dass Felix deine Schulden, die du bei Frau Konopka hast, aus eigener Tasche zahlen will? Äh, ja. Wie? Du lässt zu, dass er ihr zwei Monatsmieten erlässt und die selber zahlt. Als Ausgleich für die Provision, die du, Frau Konopka, nicht zurückzahlen kannst? Ich habe ihn ja nicht darum gebeten. Ganz im Gegenteil. Ich habe mich sogar gewehrt, das Angebot anzunehmen, aber er ließ nicht mit sich reden. Rosalie, ich mache mir ernsthafte Sorgen um deinen Ruf. Warum? Felix ist einfach großzügig. Was habe ich denn damit zu tun, wenn er der Konopka die Miete erlässt? Die Leute denken am Ende noch, dass du ihn nur ausnutzen willst. Verstehe. Ja, das liegt ja nahe. Na gut, also ich verspreche dir dafür zu sorgen, dass so etwas nicht mehr vorkommt, ja? Das wäre gut. Beim finanziellen Engpass stecke ich trotzdem. Nee, du brauchst noch mehr Geld. Ja, ich muss die Miete für mein Büro in München zahlen. Tut mir leid. Ach Emma, du bekommst es doch zurück. Das kommt überhaupt nicht in Frage, Rosalie. Ich kapierst sowieso nicht, warum du immer noch in der Fürstensuite wohnst. Wieso ziehst du nicht bei den Sonnenbichlers ein, so wie ich es dir angeboten habe? Das wäre viel billiger. Da passe ich nicht hin. Ach, aber mich ständig anzupumpen, das passt, oder wie? Ja, du hast ja recht. Was das Finanzielle betrifft, bin ich eine hoffnungslose Chaotin. Aber allerdings. Also versprochen. Ich suche mir was Billigeres und ziehe hier aus. Aber möglichst vorgestern, bitte. Aber wenn ich die Miete nicht sofort zahle, dann bin ich mein Büro los. Das ist ja wohl das Allerletzte. Wovon redest du? Wieso hast du mir nichts gesagt? Wieso macht ihr da so ein Staatsgeheimnis draus, Werner und du? Wieso hat Werner dir doch erzählt? Werner, Werner. Das war überhaupt nicht nötig. Das hat sie schon selbst gemacht. Sie? Wie kann meine Mutter es wagen, sich hier niederzulassen? Wieso übernimmt sie die Praxis vom Bergmeister? Du redest von Evelyn. Von wem denn sonst? Muss ich dich deswegen so aufregen? Ich will einfach nur, dass sie von hier verschwindet. Euer Verhältnis ist nicht gut. Aber was ist denn daran so schlimm, wenn deine Mutter in der Nähe bleibt? Es ist eine Frechheit! Eine Unverschämtheit! Eine Unverschämtheit! Dann nur halt mal die Luft an! Findest du es etwa in Ordnung? Ich will den Fehler von damals wieder in Ordnung bringen. Deswegen bleibt sie hier. Wenn sie denkt, dass ich ihr irgendwann verzeihe, hat sie sich geschnitten und zwar gewaltig. Ich verstehe dich ja. Aber ich verstehe auch deine Mutter. Sie lässt halt nichts unversucht. Was ist eigentlich los mit dir? Hat sie dich hypnotisiert oder warum flirrtest du so rum? Ich will mir einfach die gute Laune nicht verderben lassen. Was grinst du eigentlich so? Stell dir vor, Werner und ich haben uns versöhnt. Nicht wahr? Ja. Morgen fang ich wieder in der Küche an. Wer wollte dich doch unbedingt loswerden? Ach, du kennst doch deinen Onkel. Hunde, die Bällen beißen nicht. Und deswegen hat er dich weggelotzt. Um Frieden mit dir zu schließen, auf einmal. Ja. Ich hätte auch nicht gedacht, dass er zu so einem Schritt in der Lage ist. Aber wir sind Brüder, wir müssen zusammenhalten. Ich bin klar. Blut ist eben dicker als Wasser. Wer weiß, vielleicht gilt es ja irgendwann auch für dich und deine Mutter. Sie wollen mich zum Essen einladen? Ja, zusammen mit Ihrem Bruder. Ähm, Entschuldigung, bin ich zu aufdringlich? Oder warum sind Sie so irritiert? Nein, ich dachte nur, Sie hätten keinen... Ah, ich verstehe, Sie legen keinen mehr drauf, mich kennenzulernen. Doch. Die Idee ist nett. Ja, dann um 20 Uhr im Restaurant. Wie, heute Abend gleich? Ja, ich weiß, es ist ein bisschen überraschend, aber da Felix und ich ja jetzt ein Paar sind, sollten wir uns auch besser kennenlernen. Meinen Sie nicht? Schon, ich habe nur heute Abend sehr viel zu tun. Lässt sich das nicht verschieben? Wenn Ihnen so viel daran liegt. Wunderbar. Wir essen was Gutes, trinken ein paar Gläschen Wein, das wird richtig nett. Ja, in Ordnung. Gut, bis später. Bis später. Oh. Ja, kein Aufgang. Frau Engel. Wunderbar, Sie kommen wie gerufen. Ach. Ja, ich wollte Sie fragen, ob Sie vielleicht im Restaurant heute noch einen Tisch hätten für drei Personen. Ähm, bestimmt. Lässt sich einrichten, ja? Wunderbar. Also, dann bis später, Frau Tarasch. Sie lädt dich zum Essen ein, ja? Yep, zusammen mit meinem Bruder. Nicht so dein Fall, die Dame, was? Vielleicht tue ich ihr Unrecht, aber... Was? Sie lebt zu blond? Nein. Zu hübsch? Nein. Ich kann sie nicht einschätzen. Sie macht einen netten Eindruck. Aber irgendwie traue ich ihr nicht. Sie lädt uns zwar zum Essen ein, aber ich bin gespannt, wer heute Abend zahlt. Ja, Sie natürlich. Ich fürchte, mein Bruder darf einen sauren Apfel beißen. Das wäre ein starkes Stück. Hm. Das wäre ein starkes Stück. Das wäre nichts.